Ich habe auf die Zeit gar nicht mehr geachtet. Boah, das ist nur ein Knack, ey. Der Knack habe ich mir gerade das auch noch vorgestellt. Der Knack gehört dem Knack ungewachter Beweis. Aufwachen! Ach, Geo. Was denn? Du kannst doch... Was? Wieso komme ich nicht mehr ins Spiel? Du kannst auch bestimmt jemand anderes da unten angreifen, oder? Wenn du mir sagst, wer noch hier unten ist. Das Harnien sitzt oben links. Es ist nicht unten, aber du kannst ihn auch gerne angreifen. Ich hätte nichts dagegen. Leck. Ja. Dass nur du gar nichts dagegen hast. Ich würde gerne auf die Farnien anfangen. Ist halt blöd, dass ich hinten offen habe. Aber ich kann nichts erinnern. Was ist das? Boah, ich habe nicht mehr Ohrstoffe. Boah, schön. Boah, schön. Dann wo ist denn deine Armee überhaupt? Ja, ich habe doch gesagt, ich habe keine mehr. Klar, die Pfeile hagelst in den ganzen Waldläufern. Ja, das waren drei Stück. Sag mal bitte, wo ich noch erhaben soll. Sag mal bitte, wo ich noch erhaben soll. Jetzt hast du hier deinen Karsch. Ja. Der jetzt aber gleich weg ist. Und deine Bogenschützen fehlt. Das ist ja nicht möglich. Das gibt, weil ich gerade nichts ausmüchtern kann. Gerade weil der keinen Schaden kriegt hier. Ne, ich merke es aber, er geht jetzt auch nicht durch, Michael. So war das nicht gedacht. So war das jetzt überhaupt nicht gedacht, Harlin. So war das nicht gedacht, Harlin. So war das jetzt überhaupt nicht gedacht, Harlin. Oh, fass. Wissen wir, ernsthaft meine Felsdome kaputt? Oh, jetzt macht er wieder diese scheiß Fähigkeit hier. Ja. Ich würd gern Tarni vernichten. Ich bin nur die ganze Zeit dabei. Aber ich hab einfach nicht die Mitte. Ein Angriff mal vom Geomet, dann kann ich hier auch... Dann empfehle ich Tarni noch ein bisschen zu dauern. Oh, was war das gerade? Was soll ich denn sonst noch bauen? Was soll ich denn sonst noch bauen? Folgst du nicht da gerade oder was? Na, schade, schade. Nee. Ich habe Probleme. Du hast Probleme, glaube ich dir nicht. Ja. Das nervt mich jetzt. Ich mach's da hinten zu. Ich hatte lang genug da hinten offen. Ich hatte lang genug Takt da offen natürlich. Das ist jetzt schon wieder da. Macht euch wieder an die Arbeit! Ich hab's da. Ich hab's da. Er weiß was zu tun ist. Hier können niemanden stehen auf den Weg. Eine goldene Speerhalte sind in den Drogen entschieden. Ich muss alles mal 5 von noch bauen. Ich bin unerreichbar. Ich bin unerreichbar. Aufwachen! Da kommt der ja schon wieder. Dieses Mal hab ich Zug gemacht. Ach, sch. Aufwachen! Ruhe! Bleib zusammen! Ach, was soll denn das denn da? Was wird denn das denn da drin? Ich will nur in Frieden leben. Und ihr wollt mir hier den totalen Krieg dagegen. Wisst ihr wie ich mich fühle? wenn du dich da jetzt einmauerst ich fühle mich traurig aber nur verraten ich bin auch schade ich habe überhaupt gemerkt und es nicht warte hatte wehtrunken zappel 3 2 0 2 3 im wie es hat 3 Sag mal, soll ich dir eigentlich jetzt schon mal aufmachen, indem ich es jetzt einfach abreise, oder willst du da noch ein bisschen dran nagen? Ja, eh schon da was. Ja, ja, dauert ein bisschen, bis du da durch bist. Wenn's jetzt so lecken wird, wird's schneller gehen. Ja, stimmt. Ich krieg jetzt erst jetzt die Meldung, dass ich angegriffen werde. Wieso? Es ist ein Loch, du kannst durch, ne? Nein, ich mach mir das Loch noch ein bisschen größer. Wieso bloß? Nein, okay, ich halt da durch. Ah, der ist schon wieder mit seinen scheiß Karsch hier. Ich glaub, Karsch stirbt so wie das aussieht. Ja, ja, der stirbt. Was? � G nuestras? Ja! 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 Der fein! Nein, Barsch. Wer war so tappt dann? Ähm, müssen wir denn Soldaten hin? Welche Soldaten? Todesam Soldaten, die es nicht mehr gibt Weiß uns niemanden! Nun achtet der Arzt! Wir wollen den darf nie! Mach so und niemanden! Wir teilen um! Zum Lager! Jetzt... Leck! Fiesen Leck! Liegt irgendjemand raus? Ich weiß es denn, bei mir kommt nie ne Meldung. Von mir auch nicht, Tali? Ja, ich glaub das ist meine Verbindung. Ich hab immer Angst, dass Tali rausfliegt. Ja, das wäre meine Rettung, aber... Ja, aber da bin ich rausfliegt. Ja, das stimmt. Ja, heilt Tali von oben! Ich mag deinen Held nicht, hab ich dir das schon mal erwähnt? Nein, an dem Punkt gebe ich... Mach grad schon mal mehr in die ganze Zeit... Ich hab's nicht mehr Level trotzdem! Was ist denn das? Ich mach grad die ganze Zeit Berserker-Wut, er macht aber nix. Ja, das fand ich nicht mehr was da unten gemacht. Und das ist wieder so ne lange Einbundungsfolge. Ich weiß ja doch, bei meinem ersten Mal, wenn's da schon zu lang ist, dann muss ich das direkt hochladen, da kann... dann ist der Anfang dann doch drauf. Ja... Ihr könntet eigentlich euch so gegenseitig jetzt... Einmal ein Anteil von der Bühne würde es so reichen, oben mal aufzureihen. Ja... 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 Lebt dein Saumann? Der lebt noch, ja! Aber hier ein Patroule, die vernichten von der Wörter, der in Schmacht! Ja... Ich merke, er jüngst, es ist nur oft Zeit! ähm wo könnt ihr euch am Leben langen Schade, dein Zaum Nein, lauft einfach! Och, gut Sie einfach am vorbeigehen tut es äh, sie alle Nicht, dass sie weiter sind Aufseil den Logen Einige Uhrensperrträger sind in den Logen Und den Thalinka mit und dann keine Ahnung mehr Ich reiß die Thaile halt noch ab, ne? Und ich gebe ihnen noch Verbrauchspunkt, also ich sehe nur hier eigentlich Was bestimmt schon wieder Sauron Nö, noch nicht Glaub ich dir nicht Noch hab ich ihn wirklich nicht Könntest du auch hören Da oben eigentlich meine komplette Wirtschaft zu töten? Nö Es ist auch gut, wenn das macht Nö Nö Ich bin doch dabei 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 Ich hab gleich noch mal was Geld aus Und wenn das Geld ausgeht dann Wir können sie noch mehr Wie heißt denn der Held eigentlich? Boah! Wie sieht der aus? Wie sieht der aus? Wie schnell der Droll jetzt einfach mal tot war. Ja. Und tschüss Tork. Wo wo? Ich habe doch gesagt, wenn du jetzt nicht abhaust, stirbt er. Ach, da kommt wieder ein Pio. Das war jetzt schnell. Ja, gell, für mich mal. Ich mag es jetzt nicht, was du da machst, aber... Ich habe euch den ganz gerne Befehl gegeben. Ah, Saruman mit dir Feuerding. Das ist... Hopps, hab nicht auf mich hören, die blöden Wölfe. Was ist denn der überhaupt? Das ist in meiner Maus auch gar nicht. Waschen nur. Du kannst mir nicht ernsthaft erzählen, dass dein... ... Ja, Saruman, Stufe 9 war. Nee. Keine Stufe 9. Hallo, jetzt hau nicht ab, wenn ich komm. Achso, das war hier. Haha, Tardin. Das ist meine Armee. Boah, das Gift macht... Lass mich mal durch. Schaff da. Mann, der kommt aber nicht. Doch, jetzt kommt er. Ne. Au! Was soll denn das? Du hast meine kompletten Bodenschützen gekillt. Das war der Plan. Ah! Au! Mag ich nicht. Mag ich nicht. Au! Was wird denn das schon wieder? Ja, haut er ab mit gar nicht. Da ist er krank. Boah! Trotz Gribbeln haben wir mal Lutz gekillt. Ach. Was ist denn dein Held jetzt? Tja, steht da immer noch an der selben Stelle. Du hast da unten, die hatten eine komplette Vakuum an alles. Jetzt ist Sauron auf dem Flachfeld. Wer von dir oder von Tardin? Ich... Hätte ich Sauron... würde ich anders spielen. Dann würde ich jetzt nicht ständig angreifen müssen. Äh, das gibt's ja nicht. Ich... Ach, war da nicht gern? Okay. Können wir gerne machen. Mal gucken, wie lange die gehen, dann ist ja... Was noch... Na, natürlich. Ein paar Schritte war leider auch noch nicht. Nein, ihr werdet alle Sterne. Schauen aus den Tuben. Einige Ruhungsschwerträger mit den Tuben aufmachen! Da ist ihr Lass! Macht unsere Waffen bereit! Lass dich niemanden kann hier vertreten! Unsere Zeit ist gekommen! Macht euch Kampfen bereit! Warum sie leuchten nicht so lila meine Truppen? Hast du da was gemacht? Ja, das ist eine Fähigkeit von Karsch. Eine passive. Aber das kann nicht sein, dass ich... ... immer noch lebe eigentlich in der letzten Zeit. Ihr müsst eigentlich, um mich zu besiegen, was ganz praktisches machen. Ich verteile mich eigentlich nur noch großzeitig durch meine Festung, mit dem Eis-Teil... ...und es war's. Glücklicherweise greift ihr immer so in den Rhythmus an, dass die immer grad wieder bereit ist. Wir haben den Tegel... Diesen Gun wird in der Siege. Komm zu mir meine Diener. Macht unsere Waffen bereit! Macht unsere Waffen bereit! Lass uns Lenk! Und tschüss, Ami! Ah, jetzt wessen! Was ich sage! Ich bin gorgen! Was soll ich denn noch aus tun, ich hab keine Ahnung mehr, was ich machen kann. Nichts kann die weiße Hand aufhalten, niemand stellt sich uns in den Weg. Du hast ja fast meine komplette Armee vernichtet. Ja, wenn du siehst so schön flummst. Du greifst auch mal da hinten an, da kannst du... Ja, soll ich da angreifen und deine ganzen Katapulte sitzen oder was? Naja, auf der einen Mauer sitzen keine. Außerdem spielt ihr doch eh schon ihr 2 gegen mich, also könnt ihr euch gerne auch absprechen, weil ihr angreift. Ich sehe das jetzt schon als ein 2 gegen 1. Nur, dass ihr euch natürlich dann auch noch bewegen könnt. Aber weil ihr schlau seid, tut ihr das nicht, egal was ich sage. Und hätte ich jetzt auch so ein ähnliches Blau, könnte ich wenigstens vielleicht ein bisschen mit Trumpenverarschung machen, dass ich sage, okay, dass es dann doch irgendwie Tarnie nimmt. So als wüsste ich nichts, aber... Das geht natürlich nicht. Also wenn ihr euch ... ... ... ... ...